Oh, da kriegst du gar Doppel-RP. Der Riko ist wirklich leid, so friedlich zu stellen. Alle sind dritten, nur einer fehlt. Geh auf, nicht retten. Platzvertretten dabei! Ich hasse das, wenn die Karten liegen quer über die Straße fliegt. Baby, du musst das mal rauskicken. Und dann auf geschlossen machen. Ich komm jetzt auf Spieler. Komm ich da rüber. Jetzt gehst du zurück, dann machst du auf geschlossen, dann gehst du auf Spieler irgendwo. Jetzt ist er raus. Spieler einladen mal schnell, dass der hier... Das stimmt, eingeladen. Da muss man schnell genug sein. Wir warten, aufkeh! Wir warten, aufkeh! Lass mich! Okay, ich muss raus. So. Ich heile. Koba, der hat ja mal wieder eine andere Crew. Ja, so ein komischer Transgender-Spinner. Oh Gott! Oh Gott! Warte, ich habe so einen Bereich. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Es geht nicht hier schon wieder ab. die Wagen sind geil, wie das ich auch immer trinkt kann. Das ist nämlich der Wagen, der immer in diesem Teil da steht, den du mir aufkriegst. Eigentlich ist das doch nur der umgebaute Auto von Michael, der OB-TL-Gator, das war eigentlich nur sein Auto, bloß ein bisschen motzdicht. Oh hier, in Formation, Alter, und ganz hinten Kev, Kev fährt in seinem Wagen. Ja. Ah, diesmal haben wir noch ein Teamleben, ne? Ja, weil es den richtigen überhaupt alles ist. Auf gut Deutsch, ich sollte nicht sterben. Oh, das ist geil! Mit Achtung! Mit Achtung! Wir sagen normalerweise was wir wollen. Oh, das ist geil! Mit Achtung! Mit Achtung! Das sagen wir mal was wir wollen. Das ist ein künstlerische Künstler, der wir arbeiten für ist Hype. Wir haben alles gefeiert. Ich verstehe mich nicht. Wir haben eine Tracker auf dem Schraub mit dem Schraub. Wir haben die Viren, die ich liebe. Wir haben die Viren, die ich liebe. All das wir tun müssen ist, ist zuhören. Wir holen die Schraub und schrauben die Schraub mit dem Schraub. Baby, wir machen diese Schraub wie ein Schraub. Und das ist ein künstlerische Künstler. Das ist ein künstlerische Künstler. Das wird die Markierung weg. Oh, 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 yeah, baby. Now I'm ready. Let's do this. Warum müsst ihr die eigentlich das Telefonat laufen lassen, während sie gerade am Bümpern sind? Was? Na, oh, yeah, baby. Oh, mmm. Das ist nicht einfacher, weil wir wirklich in der Form nach so fahren. Weil, wenn einer hinkommt, geht sofort die Missionen los, richtig. Ja, ich bin ja auch schon auf dem Weg. Wie wird der da finden? Mhm, mhm. Which Korea? Ja, ist der Permanenton auch, weil ich den? Oh, no. Ist das ganz vorne? Keine. Ich bin jetzt bei der Autobahn. Ja, wenn er bei uns ist, dann geht's. Das ist eine wichtige Sache. So, boom, and we are here. Guck mal, da kommt was Gelbes angerollt. Oh Gott, der Bus, Junge. So fährt der Bus. Boi! Ich war's. Baby, can't tell with your goofy ass splash around in that tub. Hey, not goofy over here in this tub. Listen, that gearbox is the motherfucking order. Sexywagen, das nicht gut war. Nein. Kriegt man den dann freigeschalten, oder? Nee. Ich hätte es nur kaufen. Glaub ich. Wuuuui! Was? What the fuck? War das die Rache noch auf dem Rennen, oder was? Nein! Ah, so, warte mal. Cat kommt uns entgegengefahren? Naja. Hat uns entgegengefahren, oder was macht ihr? Nein, ich bin abgeflogen von der Autobahn. Ich bin in der Kurve zu schnell gewesen und einmal geradeaus über alle Leitwanken drüber. Und nach unten gefallen. So wie Baby gerade. Ja, wir können wohl sein, dass ich gerade verpackt war, sonst wären wir auch runtergefallen. Soll ich dich, soll ich euch entgegenkommen? Ne, ich sag gerade nur so aus. Bin ich so, dass der Kling kommt? Hm. Weiß schon. Haben wir schon gemerkt. Er kommt nur einer Sache entgegen. Der Klusche ist jetzt. Ich dachte, jetzt kommt die Aussage, jetzt kommt nur einer. Ich bin froh, dass ihr das nicht gesehen habt. ich habe den geblieben ich gar nicht ach doch ich glaube ein hochleistungs lkw der da fällt im grunde genommen ist das doch wie diese mobile zentrale war ja die ist nicht langsam aber der hat ja auch noch den konvoi schutze so deswegen werde ich gar nicht so schnell sein aber jetzt weiß auch warum wir diese autos jahren nicht drin wir sind gleich dran hat er gesagt nicht drin dafür ist die wunderschweite ich bin das ist ein bisschen ich denke ich würde mich eher übernehmen ich bin doch vielleicht da ich bin doch drinnen wo ist denn dran ach so ich stehe dir den transporter ok ich hab diesen schrei irgendwie verbillt da war der Abpumpe und ich stehe genau vor dem LKW ja die Abpumpe kommt auch von mir Rampel, soll ich mal eine Strecke mit reinläufen das ist was explodiert das ist ein Auto wuuh alter der ist echt na alter ich bin die Hockzwecke der wäre versoppgefallen transporterzustand oh der ist auch ganz schön zustande ähm leute ha 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 der ist perfekt ich bin die Hockzwecke ich bin die Hockzwecke ich bin noch ein bisschen das ist der hinter uns der unsankreis die fahren wir mal rausholen die leiden dann können wir noch die mottos ich wollte gerade reißen die war erinnern mich an was an den anfang des games gerade da kann man den fach ausschalten jawohl wir müssen den soweit beschädigen dass er stehen bleibt die fahrer wird wahrscheinlich ja ja dann kriege ich da wird mir immer rot angesiedelt und kannst du kopf nicht gerade oder ich habe mich jetzt nicht ich stelle mich jetzt voll jawohl ich habe mich nicht nur und er hat mich dafür zerstört oh ja ok ich habe mich in die tankstelle geschoben gleich haben muss ich nehme mich immer das hier immer gut das autos ich habe es da tut man hier mitfragen er ist an musst du mich jetzt von hinten verteidigen weil ich habe keine monitoren mehr hintertür ja ja schön in die hintertür kennst du dich wieder aus marcus ne ja immer wow ja 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 das ist die Kisten durchsuchen ja ja Hey, nothing we need but them plates, y'all. As soon as we got them, we hit the road. Fast to give. Good luck. Oh, hier sind Heli. Hatte der uns? Nee, ich denke mal er nicht. Oh, der ist vom Fernsehen. Da kommt aber ein roter Heli. Ja, und der ist nicht gerade ungefährlich. Ja, wir haben aber verboten. Ja, einfach wegfahren. Schnell jetzt hier. Zum gelben Punkt. Oh, irgendwas hat er drückgelegen. Vorsicht gegen röscher Fahrzeuge. Ah, keine Kontrolle verlieren. Wenn die Kontrolle verlieren, guckst du so, was am Arzt. Komm, raus, 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 raus. Oh, wassit? 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 Oh, hi. TV News is calming down. They don't know where you at. Damn, that was some compelling shit, y'all. Y'all had me glued on the television. Ui. Wo steht der Wagen da? Weil hier noch Rotes hinten dran hat. Ich wollte das wegschießen, aber ist jetzt weg. Weil er gesagt hat, wir sollen die erst alle abschütteln, bevor wir zum Ziel kommen. Naja. Okay. Hey, Kay. Hey, Kay. I've been thinking. This Korean dude. What? He gonna pay us in real dollars? Or super dollars? Real dollars, nigga. That shit hit my account before we hand over them plates. Ah, yeah. That's business, baby. You still in the tub? Yeah, oh, yeah, baby. I thought I was gonna get into the car now. I thought I was gonna get into the car now. I'm gonna get into the car now. This shit is not bad. Oh, he's getting into the car now. I got you, baby. What? I need some room service in this bitch. I need some champagne, some liquor, what you got? I need something up in this motherfucker. Now. Wow. He got me." Oh nooais. Aしling did I play for the car now?! I purchased the car now? Da steht der Porsche. Das waren die Klienten. Du wolltest gerade den Wacken klauen. Kannst du auch machen. Yvonne, Alter! 100.000! WTF? Warum mach ich dir nie mit? Alter, als wenn Yvonne bei einem billigen Porno mitspielen wir mit so einer Papiertüte über dem Kopf und dem Kleidchen an, Alter. Was ist da los? Ich wollte eigentlich die eigene Mauskabel haben, hat schon die Mission begonnen, aber einfach die Papiertüte als letztes. Ich kann nicht mehr. Überleg mal, du wachst früh so auf und dann liegt sowas neben dir. Auf meine Müllfüte küssen. 3 Jobs gibt es da drin oder was? Nein. Und ich glaub einen ganz großen noch zum Schluss. So ist das dann da sonst ja viel insgesamt so. Okay. 50.000. Ich könnte mir das Ding mal aus der Fresse ziehen, ich kann nicht sehen. Okay. 50.000 ebensteine. Es gab 100.000 und es gab nochmal 50.000. Habe ich 150.000 bekommen. Ja, 100.000 hast du bekommen, glaube ich, weil du das erste Mal mitgemacht hast. Das ist doch gut verdient. Yvonne? Ja? War das bei dir auch so, dass du 100.000 kriegst das beim ersten Mal? Ja. Ich will sie noch so sagen. Ja. 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 Da denk ich eigentlich schon gerade vor der Tauschsteck macht sich mal auf. Also da werden wir jetzt mehr auf Spieler hier, ne? Ja. Ich weiß. Sind alle beigetreten. Ja, wir sind in einer anderen Loppy geflogen. Ach so, ihr seid bei mir eingestiegen. Ja gut. Alter, was ist das für ein geiler Song? Ähm. Ähm. Lieber auf den ersten Blick von DAF. Das klingt so ein bisschen hier wie, ähm, na. Ja. So. Da, da, da. Und so dieser Stil. Da, da, da. So, neue deutsche Welle. Voll geil. Ja. Ja, ja. Das muss auch neu sein. Das hab ich vorher nie gehört in dem Song. Ja, ist das Lied Deutsch? Ja, das ist Deutsch. Ich sag, das ist Deutsch. Ey, seit wann gibt's denn bei GTA mal deutsche Lieder, ey. Jetzt mal ehrlich. Es gab GTA bei City 1. Das ist crazy. Ist das dein Media Player oder ist das ein Radiosender? Das ist ein Bit. Das ist Kult FM heißt der. Da hat so ein Auge drinne. Hey, sehr geil. Der ist mal schön auf dem Social Club teil. Das ist Liebe. Ohr. Ohr. Immer wagen, bis der Wagen steht. Ohr. Ohr. Es geht die Tür nicht zu. Lass mal, wie das dagegen geht. Ohr. Oh, die geht ja gar nicht zu. Ey! Hey, hey! er hat einfach reingezogen Staubsauger Gibt solche Klappe eigentlich als App? Das wäre ganz geil Klar gibt es das als App Ich habe bisher nicht mal geschafft, meine Kennzeichen zu personalisieren Das ist ja die App Okay, ich habe jetzt irgendwas in die zutische Sachen freigeschaut oder geht? Ich habe eine zutische Report-Ware, oh, oh Das ist diese Alt-Württ-App Die geht ja nicht mehr auf jeden Gerät Gerade nicht auf den neuen Geht nur ganz weg Geht nur ganz weg Okay Okay Ja, man kann immer eine von den drei Missionen auch suchen und dann kommen wir mal drei neue Jobs dazu Oh, Leute Hier gerade Alter, so nah wie du vor dem Ding stehst, Baby, da bräuchst du für euch eine Brille Das hört sich doch gut an, boah Och, es wirkt die Alt-Württelabern an! Wo dreht denn sich Cap eigentlich rum? Ach, oben ein Ding! Und ich würde Beim Alice Custom Da fliegt der MK2 rum Da fliegt noch einen MK2 rum Oh ja, das ist hier richtig Das ist eine MK2 Jagd, das ist eine MK2 Weil das Geld hat Das will ich jetzt Was? 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 Ab genau neben uns Ja Und 1 Da ist der schlechte Dritte, ja niemand Geht nur in die Erde, auch gut zu machen Wenn ich die alte jeweils wieder treffe, ja schieße ich die Sie redet mit Sophie Hast noch ein paar Minuten Zuginventar, Planungsarbeit Gute Da muss Kevin wieder hinten um Arsch da wild Er will nicht mehr mitmachen.